moin moin und herzlich willkommen zurück zu andermai wir wollen heute mal wieder die w h i p ausprobieren die w h i p ich bin mal gespannt die sachen die wir jetzt hier haben die die tränke da oben die wir in der letzten folge schon mal vorbereitet haben der sägen da unten und das relikt ob wir das jetzt mitnehmen zum 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 gedöns hier aber ich glaube er nicht weil da steht ja schon startgegenstände wir kriegen wieder eine königin er steht beim tod wieder auf und weil ja sowieso alle relikte zerstört werden nach dem boss würde ich sagen rennen wir da einfach durch und du erleidest schaden wenn du gold aufhebst wir dürfen ja kein gold aufheben deswegen würde ich sagen sorgen wir dafür ja unsere sachen weg sorgen wir dafür dass wir schnell da durchkommen würde ich sagen oder also frau bärnam legen sie los doch mal gucken ob wir diesmal der besten liste kriegen doch keine zeit verlieren einfach durch rein ja erstmal hängen bleiben warte 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 zang zang witsch pünktchen pünktchen zack noch mehr pünktchen so was wir aufmachen ist auf jeden fall sowas sowas nicht so weiter aus diesen weg machen wir hier oben so hin ja jetzt hier so gerade runter ja jetzt einmal gut dankeschön okay gut dann gehen wir mal hier runter okay wir haben keine bombe aber ein schlüssel so da kriegen wir ein segen ein segen und zwar hier ist auch pausiert oben unsere punkte dann würde ich sagen nehmen wir man immer dann was haben wir hier unten die dauer von tränken ja gehen wir auf krit oder wir brauchen unbedingt bomben so was sehen wir natürlich trotzdem auf aber wir rennen halt jetzt schneller durch da kommen wir eh nicht rein oder aber wir können den fluch mitnehmen warte mal zwei tränke und zwei flüche vor allem und zack und zack ich komme ich habe und weiter wir haben noch ein paar paar pünktchen zum sammeln haben wir noch schneller schneller keine zeit keine zeit nein ich wollte doch erstmal lesen nicht aufheben den will ich nehmen den okay alles klar so was haben wir hier eine menge raten auf jeden fall ja da wird ein schlag sterben da ist der langfänger gerade davon geflogen kein schlüssel o bobo ah ich brenne weber weiter 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 keine zeit keine zeit beide beide springen rennen macht oben kommen wir auch noch nicht lang ganz kurz die rechts gucken vielleicht finden wir hier einen schlüssel schlüssel so alles klar weiter geht's keine zeit keine zeit 14 examen ach ja durch flüge kriegen wir ja sowieso mehr mehr punkte auch deswegen würde ich sagen behalten wir auch die flüge ich krieg keine keine punkte dadurch so ouch ja du können was sich darum wo wir so weiter weiter keine zeit keine zeit okay weil er hier nach hinten springen zack falle kein problem fisch 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 hier ist eine rate drinnen so billy hast du was schönes für uns billy hat auf jeden fall einen schlüssel für uns ein kelch den wir nicht brauchen gesundheitstrank hier eine voodoo puppe blockt die nächsten flügel warum nicht immer flügel sind zwar schön aber muss man trotzdem nicht unbedingt haben den trinke ich mal eben warte mal und schlüssel und dann nehmen wir den den und den so und dann kriegen wir würde ich sagen schaden vielen dank so und jetzt schnell 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 vor allem verdienen wir auch leider nichts in dieser runde weil wir ja kein gold aufheben dürfen es sei denn wir wollen die schläge haben ob so 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 schlüssel haben wir einer gratis essen im laden hopp erwischt zack zack okay die biene hat wieder mal ein level ich weiß trotzdem nicht was es ist noch eine bambe und weiter geht's wir haben immer noch 10,5 x gehen wir kurz noch billy kriegen ja gratis essen so dann nehmen wir das manchmal eigentlich brauchen wir die wie gesagt gar nicht weil doppelt eine bomben okay weil wir sowieso die sachen gleich verlieren werden und wir kriegen auch eine extra bombe wieder fleisch ab ihn ab ihn ab ihn so halb 8,75 haben wir noch machen wir mal auf unser einziger schlüssel da können wir neuen schlüssel und da können wir eine falle aber da das gold brauche ich nicht will ich nicht habe ich nicht bombe und da können wir ja den nächsten boss mit bomben machen äh rechts links also man muss ja nicht den boss machen ne also wir müssen die sachen nicht verlieren aber aber dadurch kriegen wir halt mehr xe also mehr punkte wenn wir es machen deswegen trinken 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 ja ordentlich also wenn wir den boss nicht machen würden würden wir die relikte behalten attacke biene attacke niederhauen oh 5600 punkte gab es das kommt ja auch noch hinzu die bosse geben ordentlich punkt hier unsere ganzen sachen sind kaputt nein aua 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 scheiße scheiße aua aua schmerzen habe ich vergessen haben wir den schlüssel aber nicht guck mal jetzt könnten wir zum beispiel ein relikt äh das relikt hätten wir ja zum beispiel einsammeln können nachem bach halner da gibt es das nächste relikt wenn man noch ced schlüssel 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 mein bomben haben wir zum glück eine menge ouch vielleicht geht es ja da rein das können wir ja gleich mal gucken dann sparen wir den schlüssel aber dafür kriege ich keine punkte also kein haa so mal gucken ob wir von daraus da reinkommen ich habe gedacht die hier nämlich geht leider da nicht rein schade so schnell in dieser kasse wir kriegen jetzt aktuell 24,5 nein bringt nichts wir haben eh keinen schlüssel ganz schön schlüsselmangel oh shit oh nicht ouch los attacke ouch ich sterbe gleich wenn es so weitergeht ja für billy haben wir ebenfalls keinen schlüssel und wir haben auch kaum noch leben vielleicht geht es ja hier rein ich hoffe es ich glaube es aber nicht so wann nehmen wir schwenk schaden kriegen noch einen fluch haben jetzt mal 2x wir brauchen unbedingt leben wir brauchen unbedingt leben die augen schüssel sehr gut und ich glaube wir gehen erstmal nach oben ich glaube hier oben ist irgendwas bombe oh danke schön ja nimm mal das ganze gold da weg bitte ich geh mal kurz hier rein weg ich würde zu gerne einsammeln zu gern so noch mehr schwenk schaden weiter im fluch ich sammle flügel wie keiner vor mir das nimm mal okay dafür haben wir leider geh weg mit deinem gold nach unten können wir nicht weiter hier haben wir nichts weg 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 ouch nein scheiße da kommt er angesprungen nein nein oh stimmt doch ich brauche fleisch oh 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 14 leben nur noch das ist nicht viel da könnten wir wieder opfern aber nein werde ich nicht machen machen wir irgendwann mal wieder vielleicht vielleicht dann auch diesmal nicht so geizig und gierig oh billy billy was geht ab billy hat fleisch und mittelwert ja mittelwert ist eigentlich gut ne so dann nehmen wir alles mit oh hier doppelhake nehmen wir auch mit und ein käffchen den wir jetzt trinken und ein fluchster stören warum nicht kriegen wir zwar weniger eggs aber auch weniger pfläche pfläche sind gut für die pünktchen aber schlecht nein so einschlüsse warte mal mittelwert erst mal hier und zwar weniger schaden ja weniger schaden oder bing so ich komme gift bringt sowieso eigentlich nichts weil verlieren wir ja aber es ist trotzdem alles ein vorteil zum boss also für den boss da war da war ich weg wo hin wo hin da oben hin weg 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 hallo schlüssel für eine bombe alles doof warum sind denn immer meine schuhe jedes mal aus oh ja auch scheiße dieser scheiß magier scheiß magier oh oh nicht da ins löchlein springen ja 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 geht's hier rein geht's hier rein oh der ist schon mal weg die sind schon mal weg da kam sie aber oh nein vergiftet 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 bringt ja sowieso nichts ne oh guck falsch da meine schuhe sind schon wieder ausgewiesen so was haben wir hier äh ah scheiße kein gold einsammeln verdoppelt alles im raum das ist gut falls wir was interessantes finden können wir es verwenden bei billy am besten verdoppelt er dann auch die relikte wahrscheinlich nicht ne so letztes verließ das vielleicht hätte ich anzünden können äh ihr fitet hu uu 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 hu 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 ha everybody klappt gut Pel frente scheiße schluck auf zu schnell zu schnell spinnen getötet billy fisch flugserstörer So, alles verdoppeln Nur das wurde verdoppelt Und der Flugzerstörer wurde verdoppelt Proteine fallen lassen So, dann nehmen wir alles mit Generiere Gesundheit, dann nehmen wir alles mit hier Weg, weg Weg, weg Weg, weg Ah, daneben Hier einmal Boom machen Ah, ich wusste es Nein Da kommen wir schon wieder nicht vorbei Ich habe nie Glück bei solchen Räumen Solche Räume kommen immer nur, wenn ich dann nicht mehr vorbeikomme Ja, friss So, was kriegen wir hier? Das können wir doch nach dem Boss einsammeln, ne? Mit den Extra-Bomben Erst den Boss machen, dann das Ding Ganz ehrlich, machen wir auch Dann können wir das nämlich Den Vorteil benutzen fürs Fürs, ähm Andere Geduld Oh, jetzt haben wir hier Oh, ich weiß Oh, ich weiß Oh, ich weiß Oh, ich weiß Hilfe. Antacke. Rauf da. 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 Er kam. Holt ihn ein bisschen da. Autsch. Ja, weg ist er. Wie viele Punkte gab es dafür? Nein, die Dinger sind weg. So, das sammle ich jetzt mal nicht. Ein. So, jetzt schnell runter. Das Relikt einsammeln. Kriegen wir fünf extra Bomben. Uh, zwei, drei, fünf. Und wir kriegen jetzt 105 extra Schaden. Weil wir so viele Bomben haben. So, ganz schnell darüber. Da sind bestimmt noch ein paar Pünktchen, die wir einsnacken können. Zumindest Fleisch. Und, aua, aua. Wollt nur die Bombentasche haben. Äh, ja. Schwenngeschwindigkeit. Dankeschön. Ja. Mäu. Mäau. Mäu. Mäau. Mäau. Hups. Hups. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn du einschaltest. Wünsch uns Glück, dass sie das durchschaffen ohne relikte zum end boss und so deswegen unbedingt einschalten bis dann